Jedenfalls als wir dorthin kamen und ausgeladen wurden, da sagte der Justizfachmeister, der uns begleitete, ach die armen Jungs, der wusste, was im Moor los ist. Aber wir wurden dann übergeben an die SA, da ging es dann schon los, die Schreierei, linksrum, wie aus der Reihe tritt, wird sofort geschossen und so weiter. So ging das nach Bürgermoor. Wir sind dann mit solcher Brigadebahn, so ein Schmalspurbahn, sind wir dort hingefahren worden. Wir wurden dort neu eingekleidet und der, wir sagten immer so, der Kammerbulle, das war auch ein SA-Mann, der fragte dann, weshalb bist du denn hier? Ja, ich sage, wie im Sport. Ich war ja im Sportprozess. Ach, dann machen wir gleich 25 Süße. Das waren 25 Kniebäuen. Na ja, die habe ich gemacht. Das war ja auch da kein, in der Zeit kein Problem. Na, hast du das gut gemacht? Ich sage, ich hoffe, Herr Wachmeister. Dann mach nochmal so eine Runde. Dann haben die uns die Lederschuhe abgenommen, haben wir diese Holzschuhe bekommen, so wie die Holländer sind, ja. Und da hat man uns Fußlappen hingeschmissen und dann so die Holzschuhe da. Und da mussten wir wieder antreten. Ja, wir haben hier auch einen schönen Sportplatz und den wollen wir euch mal zeigen. Da könnt ihr auch dann Sport machen. Und auf dem Sportplatz hat man uns dann so rumgejagt, Ruppen, Kniebäuen, Dauerlauf und misshandelt wurden auch mit Kolbenschlägen von der SA-Bewachung. Die mussten nachher über eine Eskadierwand, die ist 12 Meter hoch, einige kamen nicht rüber. Da waren ja auch ältere bei, die auch schon jahrelang eingesperrt waren. Die hatten ja keine Luft mehr bekommen. Na ja, dann freiwillig vor, wir sind rüber, die Jüngeren. Und dann, wir sind rüber, wir sind rüber, wir sind rüber.